Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario Party. Heute spiele ich zusammen mit Mox, aber ich will gar nicht zu lange reden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Robin, ich habe ein Problem. Ich habe das Passwort zu meinem Instagram-Account vergessen. Lass es zurücksetzen. Ja, dafür bin ich aber zu faul. Ja, Problem. Also wird jetzt ein bisschen gerätselt. Ich glaube, ich habe es. Jawoll. Und war es bestimmt Darklander 1, 2, 3, oder? Ja, fast. Ich hasse Robin was. Oh. Ist das gleiche Passwort wie ich? Lol. Hast du mittlerweile die Truppen bekommen, die du angefordert hast? Bestimmt nicht, gar nicht. Meinst du, wir haben Clash of Dance gelernt, oder? Oh, ich habe eine 2. Ich habe eine 1. Jawoll. Also, es geht eigentlich nur darum, besser als du zu sein. Jetzt, in der Runde für mich. Bitte probiere es. Das wird schwer bei mir. Nein! Zum zweiten Mal nach hinten. Ne, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe auf Instagram, sage gar nicht, wer weiß. Ja, Robin, das wirst du nicht nehmen. Ich meine, du standst ja auf K, also. Das nehme ich sowas an. Das wusste ich halt so. Ne, das nehme ich. Okay. Also, zweiter Versuch. Das gerade war belastend. Komm, bitte. Also, ich habe eine 6. Könnte schlechter sein. Ich glaube, ich bin immer noch letzter. Ja, wobei, safe nicht. Ne. Boah, der ist SFV 2. Das hätte belastend. Er hat halt einfach 2 mal eine 1. Ich war da eigentlich früh mal übelst Kasten. Ich hoffe, es klug hier auf 1 zu drücken. Ich war da eigentlich früh mal übelst Kasten. Das war so dämlich gerade. Ich bin so dumm gestorben. Ich war da eigentlich früh mal übelst Kasten. Und erneut. Ich war da eigentlich früh mal... Und nochmal. Also, das gerade war echt dämlich. Er ist vorbei. Das war's mit mir. Könnte auch dritter werden. Ich war zurückgebackt. Oder zweiter sogar. Perfekt. Boah, ich hätte locker erst erwähnen können, wenn ich das gerade nicht so doll... Feinlich verkackt hätte. Ich habe einfach... Wenn ich nicht zurückgebackt worden, wäre ich ganz klar erster geworden. Ich habe einfach im Sprung auf Gold B zu drücken, wie so ein Vollidiot. Keine Ahnung, warum. Und eine 3. 1. Geil. Und eine 4. Es geht voran, würde ich sagen. Da habe ich auch beim Gambeln mehr Glück. Ich bin immer noch dritter. 7 Punkte. Wie viel da bist du? Na, okay, mini Survival Games. Das ist aber cool. Außer man schlippt direkt an, das ist ja krustig. Ja, aber Cam ist ja langweilig. Deswegen mache ich das nicht. Würde ich auch nie tun. Mir ist einfach alles ungelootet. Ich habe noch keinen Spieler gesehen. Okay, jetzt ist hier gelootet. Ich werde schon getargetet. Das kann doch nicht sein. Mr. Knister 69. Wo sind denn die ganzen Leute? Da vorne ist jemand. Der hat 4 Kills, der eine. Ich habe noch keinen gesehen. Außer der eine gerade. Potatoes 08. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Oder er hat einfach keine Lust mehr auf mich. Ich glaube, wenn ich hier fieberne, das hole ich mit. Echt? Das ist aber nett von dir. So, das hole ich mir. Jawohl. Dann wieder rege ich mich auf, dass ich nicht in der Ecke gecampt habe. Ja, irgendwie läuft es bei mir besser als bei dir gerade. So, jetzt die nächste 1. Ah, 6. Ziemlich schlecht. Eine 5 und eine 5. Bei welchem Feld bist du? 44? 25. Du? 13. Bin ich jetzt 1er? Oh, einer ist auf meinem 5er. Oh, ich bin mit einem 1er. Luf B-Drogs oder so. Wir fehlen jetzt richtig wenig Leute in der Runde. Kann das sein? Oder kommen wir jetzt nur so vor? Äh. Ich weiß gar nicht, wie viele sonst immer in der Runde sind. Ich glaube nicht. 24, oder? Oh, ich habe den Chart verpasst. Ach nee, dass die mal vorhin so jumpen muss, da bin ich eh verlor. Oh, ich bin 1er. Hä, warum wurde ich denn zurückgesetzt? Ich bin doch gar nicht runtergefallen. Was hast du für eine Abzocke? Das ist mir auch schon so oft passiert. Ach, Johan, dieses Pferd, ne? Deine steht hier nur noch am Anfang. Ich habe auch meinen Job geschafft. Hier steht ein Pferd ohne Tybro. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, mein Pferd ist irgendwie richtig kacke. Oh, mein Pferd ist langsamer als meins, oder? Ja, ich glaube auch. Boah, überrunde vielleicht gleich zwei, wenn es gut läuft. Jo, haben sie überrunde, die wurden gerade zurückgesetzt. Nein. Ich habe einen riesen Abstand. Also, ich als 9er kann hier eigentlich auch schon flexen. Und rückwärts ins Ziel. Oh nein. Ah, okay, ich dachte, das wäre weiter weg. Und das ist vorbei. Mr. Knister 69 wieder. Seid ist das schon wieder, ey. Deine Erzwein. So, jetzt ne 1 gönnen. Oh, ne 2 sogar, Mensch. Das Spiel ist aber genehmig heute. Ne 3 und ne 4. Ich bin jetzt nur ein Feld vor dem Typ, der mit mir gerade auf dem Feld war und ich hatte ne Würfel mehr als er. Das ist so traurig. Ich dachte schon, du hast ein Feld vorm Ziel. Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe jetzt 32. Boah, es blieb schon wieder so ein nicer Modus. Das ist aber echt ne. Also, das ist echt. Müll. Ich weiß gar nicht, welcher Modus mir hier gefällt. Oh, ich bin Insta tot, weil ich Afkash. Aber bei mir ist es richtig viele, die es mir gefällt. Die mir gefallen. Ich hoffe, der einzige, den ich mag, ist Reise nach Jerusalem. Den mag ich nicht so. Ich mag, wie heißt das, wo man unter der Erde ist. Weißt du, was ich meine? Das finde ich ganz cool. Mini-Survival-Games finde ich ganz cool. Das mit der Elytra fand ich früher immer ganz cool. Aber irgendwie kommt das nicht. Ich weiß nicht, ob das rausgepatcht wurde. Eigentlich gibt es noch... Ich weiß nicht, wie man mit der Elytra fliegt. Das habe ich jetzt immer gehasst. Bei Finale. Gewonnen. Doch. Guck mal, ich habe sogar GG gedroppt. Das hat mich gerade ernsthaft voll gewundert. Und der andere schreibt noch GG. Ne 1. Ne 3. Jawoll. Ne 1, ne 4. Zweimal das schlechteste. Aber ich glaube, jetzt könnte ich gleich ins Ziel kommen. Ich bin auf Feld 37. Und so bin ich gut würfel. Also ich bin schon auf Feld 18, Platz 10. Oh ja. Der letzte. Ich glaube, das ist nicht so spannend heute. Ey, Wettrennen, das finde ich auch cool. Ich mag es eigentlich. Soll ich mal entspringen? Ne. Na, ich hätte die Abkürzung nehmen sollen. Das lange sieht es bei mir noch ganz gut aus. Aber habe ich Lust. Diese einfachen Sprünge, die bocke ich eigentlich immer. Oh, du bist ja... Okay, du warst halt hinter mir. Was? Ey, du hast mich einfach überholt. Aber du kennst die Abkürzung nicht, oder was? Ey, was darfst du dafür zu geben? Das kennt jeder seit Jahren. Ja, gut. Immerhin dritter. Willst du hier nicht verkacken, Robin? M1 Callback. Machen wir. Guck mal, ich muss eine 8 würfeln. Das... Das krieg ich doch hin. Wenn ich beim ersten Würfel ne 4 würfel, dann kann ich... Nein, beim zweiten Würfel kann ich nur ne 4. Okay, ich bin... Ne 1. Und ne 6. Einen fällt vor dem Ziel. Ja, Robin, da will ich nicht noch einen holen. Ich mein 26. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich bin nicht mehr letzter. Oh ja, fast 8 sogar. Haha, solche Noobs. Ja. Heißer Boden. Das finde ich auch cool. Heiße Kartoffeln, das mag ich. Und so heißer Boden finde ich auch cool. Das hat einfach den T-Run, ne? Ja. Das hatten wir sogar auf unserem Server. Wie klein. Das aussieht echt richtig komisch, mal auf Party mit so wenig Leuten zu spielen. Aber am Anfang war die Runde doch voll, oder nicht? Oder bin ich blöd? Weiß ich nicht. Ja. Jeder kann jetzt einfach das Video zurückskippen und gucken, ob ich recht hatte. Am Schluss waren es einfach genauso wenig Leute wie jetzt. Ich sterbe. Bin tot. Tragisch. Schon, ja. Wo bist du denn? Schau mal dir noch ein bisschen zu. Ich glaube, jetzt bin ich auch am Arsch. Ja. War ich vierter? Ne, nicht mal. So. Jetzt bin ich safe beim Ziel. Ich hoffe, der andere wohlt mich nicht noch. Weil es glaube ich sehr unwahrscheinlich ist. Und ich habe eine 6. Okay, ich habe gewonnen. Ich habe eine 6. Ich habe auch eine 6. Ich habe auch eine 6. Er ist noch auf meinem Feld. Er hat jetzt noch ein Ziel geschafft. Von Minecraft 2. Ah. Aber Superäen habe ich gewonnen. Ich dachte schon, ich war vierter. Aber ich war 6ter. Okay, Revasch. Kommt auch noch bald, oder? Ja, auf jeden Fall.